hey leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf diesem kanal ich habe heute 3650 dnts platziert weil mein kanal heute ein jahr alt wird also ich mache jetzt schon ein jahr youtube draußen ist halt echt ein wirbelsturm ja ich zünde das halt hier jetzt einfach keine ahnung als special ich weiß nicht halt was ich als special machen soll deswegen zünde ich jetzt diese wasserflasche yeah so nice man hoffentlich stürzt mein pc nicht ab ja es ist eigentlich nicht abgestürzt ist eigentlich ganz ok ok ich glaube mein haus wird heute kaputt gehen wegen dem wirbelsturm aber das war es dann leute mit diesem video bis zum nächsten mal und tschüss